Da ist nichts, kannst doch das open, aha. Ist da was? Nee. Ey. Alter. Was machen die Puppen hier? Oh nö, komm. Lass mich da. Pilz hier. Okay, ich habe... Aha. Ah, Mensch. Strux and build site to reach. Damn. Durch damn car. Oh, Mensch. Wenn ich wissen, wie... Ja. Autoreparatur shop. A building site to reach. Muss ich etwa jetzt hochgehen? Ey. Wenn ich schon solche Puppen sehe, ey. Das erinnert mich damals auch an Half-Life 2 Mod. Oder... War das schon immer noch Half-Life 2 1? Boah, kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall gab es da auch ein Horrorspiel, was sehr viel mit Puppen zu tun hat. Man ist da ja so ein kleines Mädchen und das kleine Mädchen hat außergewöhnliche Fähigkeit bzw. Telekinese. Und man muss da lustig so Puppen wegschleudern. Fand ich immer ganz witzig. Ach. Muss ich da halt was machen? Hey. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Na, ok. Da komm ich wohl überhaupt nicht mehr weiter. Da muss ich da ins Haus rein. Aber ich glaub, die Puppen werden jetzt wieder zum Leben abwacht. Das seh ich schon kommen. Ohne Scheiß. Ich seh das schon kommen, ey. Ich seh das schon kommen. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Boah ey, wenn ich schon so etwas sehe, ey. Hier fast extrem das Gänsehaut. Hä? Wo ist die hin? Die war doch eben da. Da war die gerade. Hä? Alter. Ja, das macht mir jetzt echt Angst. Schnell rauf, hier rauf, 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 rauf. Zeigen mir vielleicht die Richtung, oder? Was ist da los? Die müssen doch... Ich weiß nicht, ob die überhaupt... Überhaupt... Ja, ja, ja. Oh, nee. Jetzt kommt's, ey. Jetzt keine Lüftungsschächte. Ich bin doch nicht gone free, meine. Ja, leckt's mich doch. Ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, jetzt wollte ich aufhören, ey. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Oder? Na, 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 na. Na, na, na. Ehh, Alter. Mein Herz. Meine gesamte geistliche Stimmung, ey. Bricht jetzt komplett auseinander. Habe ich da... Oh, nee. Lass mich doch... Aha, jetzt bin ich da oben. Gut, jetzt bin ich jetzt da oben, aber... Was bringt das mich? Nee. Alter. Dieses Spiel, ey. Alter. Wie ich meinen Bruder hasse. Äh. Nee, jetzt komm, ey. Hör auf mit dem Flackern. Boah, sch... Spiel haben wir's denn überhaupt? Nein, ich will niemanden anrufen. Boah. Ohne Scheiß. Ich mach bis zum nächsten Checkpoint. Noch weiter. Ich weiß, ich kann hier so das so speichern, aber... Ich möchte lieber gerne bis zum nächsten Checkpoint. Ab. Warten. Ich bin geschlossen. Das ist mein Haus. Ich bin geschlossen. Das ist mein Haus. Ich bin geschlossen. Ich bin geschlossen. Ich bin dazwischen vouchen. Wenn ich dich... ...wischen die Szenes zu... ...alber der mir unterschreiben. Fuck. Ey, das ist aber jetzt ein sehr langes Kapitel. Ähm Bisschen weit Da, okay Hä? Muss ich etwa wieder zurück? Ach ne, da geht's ja noch weiter Wenn du was ausabrichte Meine, ohne statt, meine Psyche Ist jetzt total am Arsch Ich bin Okay, die ist halber zerstört Bitte, bitte, lasst mich, lasst mich Ich seh dich Ey, lasst, Leute Jetzt hört's bitte auf mit dem Scheiß Taschenlampe flimmert Das hat nie was Gutes zu bedeuten Aha Aha Ja, ich weiß, ich hab'n Trigger ausgelöst Lasst mich Lasst mich in der Ruhe Was wollt's ihr? Okay Ihr wollt's gar nicht Ey Aber ich glaub' Sorry, Leute, dass ich jetzt Wicke so still bin, aber Ich kann nicht mehr Ey, das Spiel Das ist Scheiße Exit Gott sei Dank Boah Scheiße Hey, Alter Das ist aber Horror-Spiel Ey, das gibt's nicht Ey Scheiße, scheiße, scheiße Ey Boah Das Spiel Das Spiel Das Spiel Boah Ich halt Na, ohne Scheiß Ich halt echt bald nicht mehr ruhig Ich muss dann mal eine Aufnahmepause Beziehungsweise einen Aufnahmeschluss machen Ja, ja Bin ich Aha Bevor ich irgendwer Schritt Geh Save the game Sperrhahn Äh Hats Ähm Hä? The Backstreet Oder? Ah, okay, okay Okay, sorry Ich musste kurz was schauen Okay Deswegen Sag ich erst mal Vielen, vielen Dank Dass ihr zugeschaltet habt Wünsche euch allen noch einen schönen Tag Euer Curse IP hier Tschüss Tschüss